Der Laufen entdecken Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge des Laufen entdecken Podcasts. Wir haben uns jetzt schon einige Zeit nicht mehr gehört. Wenn ich mir mein Archiv so anschaue, war das jetzt Folge 25 am 10. September 2017. Das ist jetzt schon über einen Monat her. Ich habe damals versprochen, wieder etwas regelmäßiger zu senden. Das ist mir offensichtlicherweise nicht so gut geglückt. Ich würde gerne am Anfang so ein bisschen erklären, vielleicht auch so warum mir das nicht so geglückt ist. Und dann so ein bisschen in das heutige Thema einsteigen. Es ist mir nicht so sehr geglückt. Ich habe auch das letzte Mal von so einem bisschen im Sommerloch gesprochen und so ein bisschen noch ein Abstand. Wir werden dazu später kommen, aber es ist danach viel besser gelaufen. Auch das Training hat dann wieder Fahrt aufgenommen, mehr Spaß gemacht hat, wieder besser funktioniert. Aber irgendwie das große Feuer für einen Podcast aufzunehmen war, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich habe nicht mehr genau gewusst, was ich sagen soll. Und ewig über mich reden fand ich auch nicht gut. Ich habe zum Beispiel bei Folge 24, da war ich laufen und hatte so diesen Drang, das muss ich jetzt in die Welt hinausbringen, das muss ich jetzt sagen. Und zwar, das war das, wo ich darüber geredet habe, was ich beim Laufen über das Leben gelernt habe. Das war immer so ein inneres Bedürfnis. Und dieses innere Bedürfnis hat mir ein bisschen gefehlt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dennoch kam in den letzten Wochen wieder so die Lust auf, wieder mal was aufzunehmen, wieder mal ins Mikrofon zu sprechen und einfach wieder mal meinen Senf abzugeben. Ich habe überraschenderweise auch von ein paar Seiten die Frage bekommen, wann da wieder mal eine Folge kommt. Und das ermutigt einen dann doch, dass man gehört wird, weil oftmals hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man ins Mikrofon reinredet und es hört einem eh keiner zu. Und dann kann das, wenn die Motivation gerade nicht sonderlich hoch ist, ein bisschen frustrierend sein, aber ein bisschen demotivierend sein. Ich versuche, es ist schwer, das schon wieder zu versprechen, aber ich versuche, jetzt wieder regelmäßig reinzubekommen. Die Frequenz, die ich am Anfang hatte mit einmal pro Woche, war zu hoch gegriffen und ist einfach in den jetzigen Umständen wahrscheinlich zu viel. Ich habe mir da aber was anderes überlegt, aber das hebe ich mir für den Schluss auf, wenn es dann ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft gibt. Also einfach dranbleiben und am Schluss werdet ihr dann mehr dazu erfahren. Genau, also ich habe eh schon gesagt, das war jetzt so ein bisschen, warum es länger nicht mehr was von mir gegeben hat. Und jetzt hoffen wir, dass ich mich bessere und dass es wieder regelmäßiger kommt. Aber dennoch wollen wir kurz das letzte Monat ein bisschen aufarbeiten und schauen, was gut gelaufen ist und was so ein bisschen nicht so gut gelaufen ist. Wir fangen natürlich, also ich fange gerne mit dem Positiven an, weil über das lässt sich auch viel leichter reden als über das Negative. Ich möchte allerdings das Negative trotzdem nicht auslassen, weil es ja gerade bei Läufern und in der Social-Media-Welt immer so ist, dass nur von neuen Rekorden, von neuen Bestzeiten gesprochen wurde. Da habe ich letztens eine Podcast-Folge vom Bewegtlauf-Podcast gehört, die hat genau das Thema auch besprochen haben. Und ich habe schon so das Gefühl, und das ist schon auch meine Intention, auch wenn es nicht immer leicht ist, hier Dinge zu sagen, die nicht gut laufen. Und ich habe das, das meine ich, mit dem Sommerloch schon getan und ich möchte dieses Ding aufgreifen und weiterführen und auch durchaus der negativen Seite des Trainings genauso viel Raum geben wie der positiven Seite. Dennoch möchte ich natürlich auch über das Positive reden, weil es natürlich schöner ist, über das Positive zu reden als über das Negative. Genau, also wir beginnen mit dem Positiven. Also wir hatten die letzte Folge am 10. September, das heißt, der ist ungefähr einen Monat vergangen und ich trainiere gerade für den Dalmatia Ultra Trail. Der Dalmatia Ultra Trail gibt es in mehreren Ausführungen. Es ist ein Traillauf in Kroatien, in Omis ist der. Ich weiß nicht, ob das so richtig ausspricht. Es gibt eine 20 Kilometer, 60 Kilometer, 100 Kilometer und 155 Kilometer Variante. Ich habe mich für die 155 Kilometer Variante entschieden. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe, aber eigentlich letztes Jahr hatte der 162 Kilometer, 163 Kilometer, was den Lauf quasi einen offiziellen 100 Meilen Lauf machen wird. 100 Meilen sind ungefähr 160 Kilometer, ein bisschen mehr glaube ich. Ich werde das nochmal kurz kurz nachschauen. Moment. Um genau zu nehmen, sind es 160,934 Kilometer, also 161 Kilometer und mit den 162, 163 Kilometer wird es sich genau ausgegangen. Deswegen habe ich mir gedacht, perfekt, Kroatien, sicher ganz schön. Da nehme ich sehr teil. Dann haben sich auch noch ein paar vom Laufverein gefunden, bei dem ich teilnehme. Und haben wir auch super. Das ist ein guter Lauf, um quasi die ersten 100 Meilen hinter sich zu bringen. Jetzt hat er dieses Jahr allerdings leider noch 155 Kilometer. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, nein, es sind nur sechs Kilometer weniger, sieben Kilometer weniger. Ist doch eigentlich egal. Auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen scheißegal ist, aber es fühlt sich schon anders an. Also ich hätte es schon lieber gehabt, wenn er noch die sechs Kilometer mehr gehabt hätte. Und das weiß ich, offizielle 100 Meilen sind. So sind das nur, ich denke, 97 Meilen sind. Wenn ich nachschauen, hätte ich mir vielleicht vorher auch aussuchen können. So sind es nur 96 Meilen. Man könnte sagen, dass wenn man die 155 Kilometer schafft, schafft man wahrscheinlich auch 100 Meilen. Aber es ist eben kein offizieller 100 Meilen Lauf. Ich habe mir auch schon ein paar Leute gesagt, scherz selber, laufe einfach danach noch sechs Kilometer mehr, dann kommst du auch auf die 100 Meilen. Natürlich könnte ich das machen, aber es ist dann auch nicht dasselbe. Ein bisschen zu die Eckdaten des Laufs, für die, die mich noch nicht darüber reden gehört haben. Der Lauf findet eben in Omilch statt. Das ist irgendwie südlich von Split, also relativ weit im Süden. Startet am Freitag, am Freitag den, Mann, ich bin vielleicht schlecht vorbereitet, 21. Nein, 20. Oktober um 15 Uhr. Ein Zeitlimit von 45 Stunden. Mit gesamten Höhmetern, also positiven Höhmetern, 6570. Also ist okay. Es gibt 14 Labestationen, das wären dann ungefähr so, alle 11 Kilometer wäre eine Labestation. Und es gibt eine große Labestation bei Kilometer 85 mit einem riesen Dropback, wo man dann glaube ich auch schlafen kann, soweit ich weiß. Kurz zu meinem Ziel, also es ist irrsinnig schwer, bei solchen Rennen immer zu sagen, welche Zeit man da erwartet. Kann man sich einsetzen, kann viel passieren. Ursprünglich hätte ich, also man sagt ja bei 100 Meilen, auf jeden Fall ist das so 24 Stunden, so eine magische Grenze. Ich habe zwar nicht gewusst, wie realistisch es ist, aber das wäre so eine Traumvorstellung, wäre das so etwas, was ich schon gerne mal machen würde. Allerdings, wenn man sich die Ziegerzeit vom letzten Jahr anschaut, das war bei 22, 39, also 22 Stunden, 39 Minuten, ist 24 Stunden dann wahrscheinlich sehr unrealistisch, weil ich glaube nicht, dass ich innerhalb einer Stunde von der Siegerzeit kommen werde. Deswegen muss ich meine, und es gibt auch ein Zeitlimit von 45 Stunden, was auch schon einiges aussagt, obwohl ich nicht weiß, ob die jetzt einfach nur großzügig gehalten sind oder wie das so ist. Also das ist jetzt die zweite Austragung vom Rennen, also kann man auch schwer sagen. Es soll ziemlich steinig sein. Ja, aber ich denke, es ist jetzt so wie Kroatien, wie so Küsten, so ein Zint. Also ich war schon mal in Kroatien vor drei Jahren, bin halt auch an der Küste entlang gelaufen, jetzt nicht dort, aber... Ja, also es ist vor allem ein bisschen schwer. Also zum Beispiel, der Zulkane dieses Jahr hatte bei 73 Kilometern, also kann man sagen so, ungefähr die Hälfte auch schon 4000 Höhenmeter und da haben wir 15 Stunden gebraucht. Also wenn man das irgendwie... Ich meine, man kann es nicht einfach verdoppeln, weil es nicht ganz die Hälfte ist und weil man ja logischerweise in der zweiten Hälfte immer ein bisschen langsamer ist, als in der ersten Hälfte. Aber es hat ja schon die größten Teile der Höhenmeter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Transvulkan jetzt vom Untergrund viel leichter ist als Dalmatien. Also ist mein... so eine Einschätzung, so eine erste Einschätzung, mit dem ich, glaube ich, ganz glücklich bin, abgesehen von erstes Ziel durchkomme, so zwischen 30 und 35 Stunden, wäre das, was ich mir schon denke, dass irgendwie nicht unmöglich ist, weil auch in Italien beim Lavaredo Ultra Trail, der ja auch 5000 Höhenmeter hat, das heißt, sie sind auch annähernd so viele wie in Dalmatien. Es sind zwar nur 20 Kilometer, das heißt, da muss man noch 35 Kilometer draufsetzen, aber das waren, wenn man bei 25 Stunden rauskommt. Das heißt, es wären dann quasi... Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es sonderlich viel leichter ist im Untergrund her als Dalmatien. Allerdings sind auch die Siegerzeit, also auch die fast 23 Stunden, kommt mir relativ langsam vor wie eine Siegerzeit, wenn ich mir überlege, dass beim UTMP, der weit aus wie einem Höhenmeter hat, ich meine, es sind 170 Kilometer und es sind 10.000 Höhenmeter, aber dort ist die Siegerzeit auch so um die 22 Stunden. Also es fällt mir das extrem schwer einzuschätzen. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht die Elite dort, die Weltelite, aber ja, wirkt man wie eine Langsamkeit. Also ich hätte da mit einer weitaus niedrigeren Zeit gerechnet, unter 20 Stunden auf jeden Fall, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber egal, also ich hätte mir immer so gedacht, so naiverweise, das erste Ziel ist natürlich durchkommen, aber bei so einer langen Distanz kann immer irgendwas passieren. Und sonst so zwischen 30 und 35 Stunden wäre irgendwie das Ziel. Der Plan ist auch, erst mal es quasi durchzumachen, ohne zu schlafen. Also du musst auf jeden Fall durch eine Nacht gehen, weil es startet um 3 Uhr am Nachmittag. Das heißt, du gehst auf jeden Fall durch die erste Nacht. Der kritische Punkt wird wahrscheinlich dann so zwischen 3 und 5 Uhr in der Früh sein. Da vielleicht mit halt Koffein, was ich normalerweise eh nicht zu mir nehme, deswegen vielleicht bei mir noch nicht auch besser funktioniert. Oder mit Red Bull halt. auch Koffein, aber eh. Der irgendwie durchdrucken und dann halt schauen, dass man am Samstag noch finisht. Und erst dann schlafen, wenn es vielleicht schlechter geht, am Samstag, Mittag, Nachmittag, so irgendwann. Aber die erste Nacht auf jeden Fall durch. Das erste Tiefde wahrscheinlich am Samstag in der Früh durchdrucken und dann schauen, was noch geht. Soviel zu dem. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel über Talmatien erzählen, aber irgendwie bin ich da jetzt ein bisschen abgetrifft. Und eigentlich, genau, und das ist der Lauf, für den ich trainiere. Also wir haben es jetzt, zur Zeit der Aufnahme, haben wir es Mittwoch, den 18. Oktober. Das heißt, wir sind drei Tage vor dem Lauf. Das heißt, ich habe schon Sachen gepackt und alles vorbereitet. Wir starten morgen, den Donnerstag, den 19. Wir sind zwei Tage dann vor dem Lauf. Sorry. Wir starten morgen am Donnerstag, fahren wir nach Grazien und dann am Freitag geht es los. Das ist dann der 20. Wenn ich mich mit den Datums irgendwie verriere, dann entschuldigt es mich, aber ich hoffe, da kommt es irgendwie schon klar. Ok, genau. Und wie habe ich mich jetzt, also die letzten Monate waren dann so quasi der Hauptteil der Vorbereitung. Das waren auch dann die Wochen, mit den meisten Umfängen, wo ich dann auch quasi am meisten trainiert habe. Als offizielle, also es gab ein paar wesentliche Einheiten, würde ich sagen. Also ich habe auch das letzte Mal schon mal erzählt, jetzt wenn man sich nur auf die Wettkämpfe konzentriert, gab es da den Vienna Trail Run, der mir so ein bisschen wieder die Lust am Laufen zurückgebracht hat und mich wieder quasi so motiviert hat, in diese entscheidende Phase für Dalmatien zu gehen. Was meine Ausgangslage quasi in dieses Training reingehend war, dass ich eigentlich für meine Verhältnisse von der Geschwindigkeit her, denke ich schon mal, eine ganz gute Basis hatte und es, so auch wie sich der Trainingsplan dann dargestellt hat, es darum ging, was ich gegen meine Ausdauer noch mal zuschärfe. Als Wettkämpfer dazwischen habe ich gemacht, in den Business Run, also ich glaube, das gibt es eh in jeder größeren Stadt, soweit ich weiß, gibt es einen Business Run. Der ist in Wien, ist der 4,1 Kilometer und ich bin den in 1537, 1538 gelaufen. Das ist eine offizielle Zeit von 3,52 pro Kilometer, glaube ich. Wenn man das hochrechnet auf 5 Kilometer, dann wäre das meine Anreich quasi Pipi-Zeit gelaufen. Also mein 5 Kilometer Personal Best liegt bei 18,57, glaube ich, 18,59. Das wäre genau so ungefähr diese Pace gewesen. Ich muss sagen, das war ein wahnsinniger Motivationsboost, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich, also ich bin schon voll gelaufen, aber es war nicht so, dass ich in Sichem bin und gestorben bin. Ich weiß nicht, also zum Beispiel das Jahr davor war ich fast eine Minute, eineinhalb Minuten langsamer und daher habe ich, glaube ich, ab der Hälfte, glaubte ich, ich kotze mich an und war am allerletzten Zacken und ich hatte da das Gefühl, dass ich, ich bin den ersten Kilometer sehr schnell gelaufen und bin danach nicht merklich eingegangen, ich habe das Depot halten können und habe dann am Schluss nochmal zu einem Schluss-Sprint ansetzen können. Das heißt jetzt nicht, dass ich wahnsinnig viel schneller gelaufen wäre, aber das gibt mir das Gefühl, dass ich, auch wenn man jetzt 900 Meter auf die 5 Kilometer fehlen, dass ich das Gefühl hatte, an dieser Personal Best-Zeit zu laufen. Ob ich die jetzt wirklich überboten hätte oder dann vielleicht der Passing drüber gewesen wäre, ist jetzt gar nicht so wichtig für mich, aber es zeigt mir, dass ich annähernd die Geschwindigkeit habe, die ich damals hatte. Und das war auch die, damals war das die Phase, wo ich am schnellsten war, weil damals habe ich meinen Marathon, meinen Marathon-Best-Zeit aufgestellt, meinen Halb-Marathon-Best-Zeit aufgestellt. Also das war so die Phase, wo ich glaube, ich bis jetzt am schnellsten war. Ich habe das Gefühl, wieder dort zu sein oder wieder ansatzweise oder wieder ansatzweise oder etwas gesagt. Dann der nächste Wettkampf war dann der Wachauer Halb-Marathon. Da habe ich einen Kollegen gepaced, der eigentlich 1,45 laufen wollte auf seinen ersten Marathon, was ja schon sehr ambitioniert ist. Und wir sind dann, ich kann das da jetzt vorausgreifen, wir sind bei 1,38, 1,57 oder so was dann stehen geblieben. Und das war der zweite Riesen-Motivations-Boost, weil wir relativ konservativ angefangen haben, 5,10 APS und dann sind wir kontinuierlich so 4,45 gelaufen. Und ich muss sagen, wer die Wachau vielleicht nicht kennt, da geht es die Donau entlang, es ist leicht abschüssig, es ist auch keine offizielle Marathon-Strecke in dem Sinne, dass das offizielle Rekorde dazugelassen sind, weil es eben mehr, also 20 negativ Höhenmeter von Start bis Ziel ist, glaube ich, beim Halbmarathon. Also es geht schon leicht bergab. Es war ein ideales Wetter, es hatte irgendwie so 13 Grad, es hat leicht geregnet. Es gab kein Wind, das hat man in der Wachau auch oft, dass man eventuell Gegenwind hat. Also die Bedingungen waren schon sehr optimal, aber wir sind diese 4,45 gelaufen und ich bin sogar teilweise noch an der oberen G1-Grenze für mich gekratzt. Das heißt, es war schon, es war jetzt nicht super locker, aber es war für einen Wettkampf schon auf der lockereren Seite, würde ich sagen. Und der Kollege, der halt seine, natürlich 10 bis 15 Schläge über meinen waren, ich weiß, ich sage jetzt nicht aus, aber er war doch, er war halt an seiner, er ist halt wettkampfmäßig gelaufen, also wettkampfmäßig anstrengend gelaufen und ist dann schon die letzten 5 Kilometer ein bisschen eingegangen und ich habe das Gefühl, ich hätte noch zulegen können. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin den halben Marathon so gelaufen, vom Gefühl her, wie ich meinen Marathon in Wien im April, März hätte laufen sollen. Relativ locker, aber doch relativ schnell. Also ein 1,39er Marathon ist ja dann ungefähr eine 2,20er Zeit, ist zwar jetzt noch ein paar Minuten, eine 3,20er Marathonzeit, ist zwar jetzt noch ein paar Minuten langsamer, als die damals angeschrieben hat, der Treff 15, aber es hat sich irgendwie, es war ein recht lockerer Lauf für einen Wettkampf und trotzdem bin ich mit einer 1,38,57 ins Ziel reingekommen. Also das hat mir auch gezeigt, dass die Geschwindigkeit durchaus da ist. Und der letzte Riesenmotivationsboost, wettkampfmäßig, war dann der Schneebergtrail. Ich glaube, ich habe schon mal vom Schneebergtrail berichtet, das ist ein echt, echt super Lauf für jeden, der aus Wien oder so kommt oder da die Möglichkeit hat, einmal teilzunehmen, würde ich das unbedingt empfehlen. Das ist der Schneebergtrail, der startet im Buchberg am Schneeberg in Niederösterreich und geht, macht so eine kleine Schleife und geht rauf am Schneeberg und das Ziel ist dann bei der Bergstation der Schneebergbahn. Ich bin das letzte Jahr gelaufen mit meinem Lavaredo-Partner, mit dem Basti, der Bergzieger auf Twitter, in 5,17 und er hat damals schon so immer berichtet von seinem großen Ziel aus, mal in Sub 5 zu schaffen. Jetzt einmal hat er das um 20 Sekunden, 25 Sekunden vom Basti und das war schon ewig sein Traum, mal da unter 5 zu kommen und irgendwie habe ich mir gedacht, das probieren wir einfach dieses Jahr. Also wir gehen den, wir sind letztes Jahr sicher nicht komplett locker angegangen, aber ich habe da jetzt nicht, war ich nicht so fokussiert auf das, dass es mir wirklich wichtig war, unter 5 Stunden das Ganze zu laufen. Dieses Jahr war ich schon etwas fokussiert und etwas mit der Ambition, diese 5 zu 5 wirklich, wirklich auch anzugehen. Und deswegen haben wir es ausgemacht, wir probieren es einfach und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir das gemeinsam und wenn wir eingehen, dann gehen wir gemeinsam ein. Und wir sind zügig gestartet, also ich habe das Tempo vorgegeben, vielleicht auch bewusst etwas aggressiver, weil ich mir gedacht habe, man muss es probieren. Man muss dazu sagen, es war diesmal ein leichter Alternativrouter, weil oben am Schneeberg Schnee war und deswegen sind wir nicht so wie letztes Jahr durch die, ich habe den Namen vergessen, Klamm, sondern durch eine andere Klamm. Höhenmeter technisch dasselbe, von der Strecke her glaube ich ein bisschen kürzer. Vom Effort her oder vom Dings her relativ gleich, weil auch die Siegerzeiten nahezu gleich waren. Das heißt, man kann das schon als gleichwertig werten oder wir haben es dann als gleichwertig gewertet, obwohl es vielleicht ein paar hundert Meter kürzer war als die Originalstrecke. Man muss sagen, das Wetter war auch dementsprechend schlecht an oben, weil es war dann wirklich knietief im Schnee, es hat gestürmt, es war Nebel, man hat kaum fünf Meter gesehen, also es war schon richtige Perfekt. Es ist auf jeden Fall extrem gut gelaufen, also wir waren schon, wir hatten so dieses Ziel, wir wussten so die erste Labestation, war so der erste Gradmesser, wie gut wir unterwegs sind und wir waren da schon, also wir haben zuerst geglaubt, wir waren zehn Minuten unter unserer Zeitmarke, wir sind im Nachhinein draufgekommen, dass wir uns in den Benchmark geirrt haben, die wir da sein wollten und nur drei Minuten drunter waren und das war dann quasi auch die Zeit, die wir dann, das hat dann eigentlich auch ganz gut gepasst, weil das war in die Zeit, die die Bergziege damals für die fünf Stunden gebraucht hat, die waren irgendwie 1,39, wir haben geglaubt 1,46 oder so und wir waren bei 1,36 dort. Also wir waren wirklich gut unterwegs, bergauf mache ich mir eh immer weniger Sorgen, da kann ich eh relativ gut Gas geben, da muss man mich meistens eher nur ein bisschen zurückhalten. Bergab habe ich mehr das Problem, aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich diesmal den Busten nicht ganz so aufgehalten habe, wie die Jahre davor. Auf jeden Fall haben wir dann ziemlich gepusht auch am Schluss und haben dann noch den Michele mitgenommen, der beim Lavaredo ja unser Betreuer war und unser großer Held und sind dann zu dritt in einer 4,57,20 ins Ziel gekommen. Also da war ich auch echt happy, weil ich war durchgehend einfach, durchgehend habe ich ein gutes Gefühl gehabt, durchgehend habe ich kein großes Loch gehabt, außer am Schluss, wo ich dann mal dachte, jetzt sind es nur noch ein paar Kilometer, jetzt brauche ich nichts mehr essen und das ist dann meistens so mein großes Problem, weil ich dann glaube, ich muss nichts mehr essen oder ich brauche nichts mehr essen, dann höre ich auf, die Gels zu konsumieren und dann geht mir irgendwann einmal einfach die Energie aus. Und genau so war es da halt auch. Ich bin beim letzten Anstieg halt, da habe ich mir gedacht, ah, es geht schon, dann aufgehört die Gels zu essen und dann halt die letzten 3 Kilometer ein bisschen ein bisschen einkern. Aber ansonsten habe ich ein durchgehendes, gutes Energielevel gehabt, das mich dann eigentlich ziemlich positiv gestimmt für mein Training, für mein Team. Ja, also auch das sehr positiv, es waren fast eine Viertelstunde ungefähr schneller als beim letzten Schneeberg Trail, das sagt auch einiges über die Form aus. Und vor allem, das sind fast 3000 Höhenmeter auf 30 Kilometer, das ist jetzt auch quasi quasi nichts. Es ist natürlich steil und natürlich dann auch nicht ganz so gut zu vergleichen mit Dalmatien, aber es zeigt auch, dass ich zumindest im Trail-Bereich nicht nachgelassen habe, obwohl der Fokus dieses Jahr teilweise schon sehr stark klassisch auf der Straße war und es nicht so sehr im Trail. Und abgesehen von dazu super glücklich gemacht, Sub 5 zu gehen und dann auch noch deutlich unter Sub 5. Also das war schon ein cooles Ding, muss man sagen. Genau, das war so die Wettkampf-mäßig, was so gut gelaufen ist. Dann gab es natürlich noch andere Trainings, also Wettkampftrainings, die wirklich gut gelaufen sind. Also es gab es gab drei Sessions mit Kilometerintervallen mal 9 mal 1 Kilometer, 10 mal 1 Kilometer und 11 mal 1 Kilometer, glaube ich. Da gucken wir nachschauen. Die auch alle miteinander wieder sehr gut gelaufen sind. Das war auch bei der letzten Folge im Sommerloch habe ich so ein bisschen darüber berichtet, dass meine Intervalle so ein bisschen so lala gehen und mir da irgendwie so der letzte Punch-Shield, der war dann einfach auch wieder da. Also es ist alles wirklich super gegangen. Ich habe dann teilweise G1-Läufe gehabt, wo ich 4,50er-Paces gelaufen bin, das ist mir auf 10 Kilometer, aber trotzdem. Also es sind alles so Dinge, die ich halt davor so nicht hatte. Ich hatte längere Läufe, so um die 30 Kilometer, wo ich dann teilweise unter einer 6er-Pace war mit Höhenmetern. Dann ist es vielleicht nicht schnell, aber für mich ist das einfach im Verhältnis zu dem, was ich die letzten Jahre gelaufen bin, ist das einfach schon schnell auch. Also das ist für ein Training ist das zu schnell. Man könnte natürlich sagen, hoffentlich nicht zu schnell, denn ich hätte sich alles im Training liegen lassen. Aber es hat mich sehr positiv gestimmt. Was noch auch, der letzte, Härtetest quasi war, war am 6. 7. Oktober, also vor zwei Wochen, so ein großes Back-to-Back, also zwei längere Läufe hinter einem anderen. Das war am Freitag einmal 28 Kilometer und am Samstag darauf 46 Kilometer. Das ist so der klassische, den klassischen, letzten langen Lauf, den ich vor Ultras bekomme, ist immer ein 46 Kilometer Lauf. Ich nenne den immer liebevoll, den Ultra vor dem Ultra. Und die 28 Kilometer waren bombastisch. Also die bin ich in einer 550er Pace da hingerockt am Abend in einer echt guten Zeit unter drei Stunden, also so irgendwas in 2,46, also kann man so sagen, für 2,45, mit doch 700 Höhenmeter oder sowas. Ich bin, ich weiß nicht, wie viele Wien-Kenner da jetzt da sind, aber ich bin von mir zum Nähe Westbahnhof zur Viener Alpe gelaufen und wieder zurück. Also da bin ich echt für, für das es nur locker war, im lockeren Wohlfühlbereich, obwohl man jetzt sagen kann, bergauf ist es nicht immer ein Wohlfühlbereich, aber relativ locker dahin gelaufen. Und dann am nächsten Tag war ich dann langsam unterwegs, war ich dann doch auch die fast 30 Kilometer vom Vortag gespürt habe. Aber ich habe es einfach als lockeren Daulauf gesehen, so wie ich das auch vor Italien gemacht habe. Ich habe mir einfach Zeit gelassen, bergauf mehr gegangen, auch als am Vortag, aber generell einfach, um so ein bisschen in diesen, sich daran zu gewöhnen, dass in Dalmatien werde ich keine 6er Pace laufen, wenn ich das laufe, dann gewinne ich das wahrscheinlich, oder würde es gewinnen, aber das ist unrealistisch. Und einfach auch Zeit gelassen, konzentrierte ich eben aufs Essen, auf meinen Rucksack, was ich alles mit habe und einfach mir Zeit gelassen. Und war, das war auch etwas, was mich wiederum sehr bosisch gestimmt hat, wenn ich diesen 46 Kilometer laufe, mit dem letzten Vor-Italien-Vergleich war ich 5 Minuten schneller. Das ist jetzt, oder fast 4 Minuten, 3 Minuten, irgend sowas. Das ist jetzt natürlich gut und das klingt jetzt nicht nach sonderlich viel, das ist aber doch was. Man muss aber auch sagen, dass ich vor Italien nicht am Vortag 30 Kilometer gelaufen bin und dann natürlich schon mit schweren Beinen reingegangen bin. Man muss allerdings sagen, vor Italien war es ein bisschen wärmer, das ist natürlich auch ein Faktor, der mitspielt, aber allgemein habe ich das Gefühl, zumindest bei den Vorbereitungen, sagt man, dass ich eventuell ein bisschen fitter bin als vor Italien. Das sind so meine Schlüsse, die ich daraus ziehe. Also alles in allem ist in der heißen Phase der Vorbereitung für Dalmatien eigentlich ziemlich gut gelaufen. Also alle Indikatoren zeigen, dass die Fitness grundsätzlich passt. Das garantiert jetzt natürlich noch keinen erfolgreichen Lauf und auch keinen Finish und auch keine 30 bis 35 Stunden Zielzeit, aber es stimmt mich positiv, dass es so schlecht nicht sein kann. Genau, aber ich wollte, also jetzt habe ich natürlich relativ lange darüber gesprochen, was alles gut war und jetzt möchte man natürlich meinen, dass alles Eitelworn ist Sonnenschein und dass es in diesem einen Monat nicht einen Lauf gab, der irgendwie schlecht war und dass alles leicht von der Hand geht und so ist es natürlich auch nicht. Es gab auch, es gibt auch Dinge, die nicht so gut laufen und die natürlich auszupressen sind oder zu eliminieren sind. Ein Thema, über das oft gesprochen wird, ist natürlich, dass das Training immer wichtig ist und wenn ich mal einen langen Lauf auslasse, dann ist das gleich, oh mein Gott, wie kann man nur und in aller Transparenz muss ich auch sagen, dass ich einmal ein Wochenende komplett gestanzt habe, also überhaupt nicht gelaufen bin. Da wäre geplant ein 10 Kilometer Lauf, glaube ich, und ein 32 Kilometer Lauf, also so ein solides Marathon-Wochenende, summa summarum und das bin ich aus Gründen einfach nicht gelaufen. Es war jetzt nicht wegen Laufverletzung, sondern es war einfach so, dass ich an dem Wochenende was anderes vorhatte und es einfach nicht gemacht habe. Es hat mir offensichtlich nicht geschadet und es ist offensichtlich kein Beinbruch und das ist auch das, was viele immer sagen, dass ein Training allein oder zwei Training allein jetzt nicht über Sieg und Niederlage entscheiden. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch das mal zu erwähnen, dass man auch mal ein Training ausfallen lassen kann, wenn es einem nicht gut geht, speziell, wenn es einem nicht gut geht, aber auch, wenn man einfach keine Zeit hat und man die Prioritäten anderswo setzen muss. Es heißt natürlich nicht, dass man ständig Training ausfallen lassen soll, aber es ist auch mal kein Genickbuch. Ich bin dann die Woche drauf, wieder Intervalle gelaufen und vielleicht war es sogar gut, sich ein bisschen zu erholen. Wer weiß, es ist immer schwer zu sagen, dass jetzt ein, oder ich glaube, es ist fast unmöglich, zu sagen, oder man bildet es sich vielleicht immer jetzt ein, wenn man sagt, der eine Lauf, das eine Training hat mich geknickt oder hat mir dann den Erfolg gebracht. Ich glaube, es ist die Summe aus allem und dazu gehört auch manchmal ein Training ausfallen zu lassen. Also es ist kein Beinbruch und das ist eigentlich meiner Meinung nach in den meisten Fällen nicht erwähnenswert. Ich wollte es aber trotzdem dazu sagen, dass auch das bei mir mal vorkommt. Genau. Ich habe also mal in meiner ersten Folge dieses Inspect and Adapt und ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, das ist einfach so. Da würde ich jetzt auch nichts anderes machen und ich würde es nach wie vor genauso machen. Und ich finde es sogar eher wichtig, manchmal auch eher konservativ zu sein im Sinne davon auch manchmal nicht zu laufen. Genau. Also ein zweiter Aspekt, der mich jetzt nicht wirklich vom Laufen abgehalten hat und mich beim Laufen wirklich behindert hat, aber der so ein bisschen das perfekte Bild der perfekten Vorbereitung trügt wahrscheinlich ist, dass meine rechte Ferse etwas mehr beansprucht, anscheinend mehr beansprucht wurde als die Linke und deswegen ein bisschen empfindlicher reagiert auf Druck als die Linke und es jetzt beim Laufen nicht wirklich ein Problem war, aber so dann in der Früh beim Aufstehen, dass man kurz einmal drei Schritte humpeln muss, damit mit quasi so der erste initiale Druckschmerz ein bisschen weggeht und man es dann eigentlich den ganzen Tag nicht spürt und das habe ich sicher die ersten ein, zwei Wochen ein bisschen ignoriert und habe mir gedacht, ah, das geht schon wieder weg und es ist aber dann nicht weggegangen und es hat sich jetzt nicht so etwas Größerem herausgestellt oder es ist jetzt nicht wirklich schlimmer geworden, aber es ist auch nicht besser geworden. Irgendwann einmal, also bei mir ist es meistens so, dass ich das am Anfang leider so ein bisschen immer ignorieren, so ein bisschen abdu, als das kommt schnell und geht noch schneller und wenn es dann nicht schneller geht, wie das so schnell geht, dann muss ich mir irgendwie anschauen, was ich dagegen tun kann. Ich habe mich dann ein bisschen informiert, auch weil der Physio meines Vertrauens derzeit seine Praxis niedergelegt hat, habe ich es mal mehr ein bisschen Eigenregie probiert, ansonsten wäre ich wahrscheinlich zu ihm gegangen und habe dann eben Möglichkeiten versucht, mir zu überlegen, was das sein könnte. Ich glaube, ich hatte schon mal so einen Fersensporn und der hat sich, ein klassischer Fersensporn, wie ich ihn kannte, hat sich anders angefühlt. Was dann relativ sich, worauf ich mir gedacht habe, es könnte sein, ist, dass ich gelesen habe, dass es oftmals so von der Wade, von einer ferdenden Wade auskommt, die dann irgendwie auf die Ferse zieht und dann da so ein bisschen halt so die Ursache für so einen leichten Fersensporn sein kann. Das hat irgendwie relativ Sinn gemacht, weil ich ja immer eigentlich ein großer Fan von Yoga war und dementsprechend auch von denen, weil das ist ja das, was man oftmals in Yoga auch macht, wenn man in der westlichen Welt Yoga praktiziert und ich das ein bisschen vernachlässigt habe über die letzten zwei, drei Monate und das vielleicht ein Grund sein könnte, dass einfach meine Muskeln nicht mehr ganz so locker sind, wie sie sein sollten. Deswegen habe ich einfach gesagt, ich probiere das einmal aus und habe zum Dehnen angefangen und auch wieder zum Yoga angefangen und habe einfach nach dem Yoga eine massive Verbesserung der Situation wahrgenommen, dass in der Früh zwar, wenn der es an der Ferse zieht, natürlich der leichte Druckschmerz der leichte Druckschmerz dann nicht auf einmal weggeht, aber so es merklich besser geworden ist, dass der Fuß sich merklich freier gefühlt hat, angefühlt hat. Und das hat mich halt dann zu der Selbstdiagnose gebracht, dass es wahrscheinlich aus der Wade oder wie auch immer aus einer Muskelungleichgewicht herausgekommen ist und meine Lösung war dann quasi wieder mit dem Yoga anzufangen, was mir, was ich jetzt seit drei Wochen wieder praktiziere und mir merklich gut tut und auch meiner Ferse merklich gut tut. Es ist nach wie vor so, dass ich beim Laufen selber wenig spüre, aber es ist halt dann oftmals oder es ist gar nicht oftmals so, dass es nach dem Laufen dann halt am Tag darauf in der Früh so ein bisschen wehgetan hat. Das ist jetzt noch nicht ganz weg, würde ich sagen, aber es ist der letzte Lauf vor dem Saisonende und solange ich den jetzt unbeschallt quasi überstehe, also solange es mich während dem nicht sonderlich stört, werde ich das auch durchziehen, auch die Läufe, ich war jetzt gestern zehn Kilometer laufen, der hat sich während dem Laufen hat sich das Ganze gut angefühlt, ich habe dann wieder, ich dehne dann halt und fahre mit so einer Blackroll, ich habe so einen Blackroll Ball, mit dem ich dann über die Ferse drüber fahre, also ich denke, dass das natürlich besser ist, wenn es gar nichts wäre, aber dass das für Freitag hoffentlich jetzt kein großes Drama sein sollte, dass es vielleicht am Sonntag ein bisschen mehr humpel als sonst, aber danach habe ich Zeit, mich adäquat zu regenerieren und dann ist eigentlich wieder alles gut. Also das ist auch so eine wichtige Erkenntnis, die ich wieder einmal gewonnen habe, dass ich die Zeichen früher ernst nehmen soll, dass ich das, ein Fehler, den ich definitiv gemacht habe, ist, dass ich das zu lange, zu sehr ignoriert habe, weil es nur ein bisschen wehgetan hat und dann eigentlich über den Tags wieder weg war, dass es ein bisschen mehr wehgetan hat und ein bisschen mehr wehgetan hat, irgendwann so, dass es der Punkt kommt, wo sich dann so ein bisschen stört und du es nicht einfach ignorieren kannst und erst dann, was du dagegen tust und dann natürlich du die Ursache, denke ich, schon so ein bisschen wegbekommen hast, dass die Wade sich jetzt wieder besser anfühlt, dass es nie mehr so sehr zieht auf die Ferse, aber natürlich, wenn das da unten mal ein bisschen beleidigt ist, musst du das auch erst einmal abheilen, damit auch das Symptom weg ist, weil nur weil du die Ursache löst, ist es nicht zack und das Symptom dann auch gleich weg, das braucht dann auch ein bisschen Zeit. Und die zwei wichtigen Dinge, die ich daraus mitnehme, ist erstens, wie wichtig es ist, für Ausgleich zu sorgen, nicht nur jetzt, also ich war ja auch viel Rat, das ist ja auch ein wichtiger Ausgleich, aber auch ein etwas ruhigerer Ausgleich, sowas wie Yoga, Stretching, irgendwas halt für den Körper und für die Muskeln tun, sei es Blackrolling, was immer euch oder dir da am liebsten ist, für mich ist es eben Yoga. Und zweitens, dass ich die Signale noch viel früher, viel ernster nehmen soll. Ich habe das Gefühl, ich bin besser als die Jahre zuvor, wo ich das viel konsequenter ignoriert habe, aber ich kann halt noch immer besser werden und das ist wieder mal so ein Weckruf. Ich habe mir dann auch so überlegt, die letzten Jahre, in denen ich Probleme hatte, so mit leichten Verletzungen, die mich zwar nicht vom Laufen abgehalten haben, aber die halt schon so ein bisschen stören und diesen Genuss dir ein bisschen nehmen und dir dann einfach ein bisschen nerven. Also sie nerven einfach, nur es ist nicht so, dass es dich hindert, aber es nervt dich einfach, weil du einfach unbeschwert laufen willst, so wie das jeder will. Das war letztes Jahr kurz vor dem Wien-Rundummatum, war so ein bisschen unter dem Knie, so ein leichtes Läuferknie im Ansatz, so wie mir der Physio dann gesagt hat und das war, wenn ich mich so rückwirkend, auch die Phase, wo ich gerade kein Yoga gemacht habe und Yoga steht für mich jetzt, wie gesagt, sinnbildlich für Ausgleich, für Stretching und für Dehnen einfach. Und danach eben aufgrund dieser Erkenntnis, habe ich wieder rigoros angefangen, fast täglich so 10 bis 15 Minuten, etwas für mich und für meinen Körper zu tun und hatte da eigentlich bis zum Sommer keine Probleme. Ich habe mir ein ziemlich gut gefühlt und dann habe ich es so ein bisschen schleifen lassen. Wenn dir nichts wehtut und wenn du denkst, ah nein, jetzt habe ich halt keine Zeit und nachher lasse ich es einmal aus und dann lasse ich es einmal aus und dann lasse ich es zweimal aus, dann lasse ich es dreimal aus und du verschaust dich und du hast es schon einen Monat nicht gemacht. Und das waren doch wieder zwei Monate, in denen dann auch teilweise sehr hart trainiert worden ist. und dann kommen halt wieder die Probleme und dann ignorierst du es wieder ein bisschen. Das hat mich wieder so ein bisschen wachgerüttelt, dem wieder konsequenter nachzugehen und die Wichtigkeit, dem konsequent nachzugehen, wenn man diesen Sport länger machen will. Und ich will ihn definitiv länger machen, weil es ja schon auch die Ziele für nächstes Jahr gibt. Also das ist so ein bisschen die Überleitung zum Ausblick, was, also ein Blick über den Tellerrand, was nach Dalmatien passieren wird, nachdem ich hoffentlich dieses Bies von 155 Kilometer bezwingen werde oder bezwungen habe. Gibt es eben zwei Wochen später noch als Kirsche auf der Torte, keine Ahnung, wie man das sagt, nach dem New York Marathon, was sich auch ein tolles, tolles Erlebnis sein wird. Und dann ist Jahresende, dann ist meine Saison vorbei. Sie war lang genug, sie war dann hoffentlich erfolgreich genug. Also ich kann euch dann hoffentlich beim nächsten Mal erzählen, dass das, wenn alles so passiert, das geilste Laufjahr war ever und das wäre es definitiv. Und dann wird man wieder runtergefahren, dann wird eben wieder ein bisschen auf den Körper geschaut, der Körper wieder vordermann gebracht, der muss sich auch von dem Stress dann erholen. Und ich denke, das ist sehr wichtig und das ist auch, was ich die letzten Jahre immer mitgenommen habe, wie wichtig so eine Auszeit ist, so drei, vier Wochen, indem man so vielleicht ein bisschen läuft, wenn man ein bisschen andere Sportarten macht, also ich bouldere ja auch relativ gern oder dann eben Yoga wieder etwas intensivieren. Und dann fangt es wahrscheinlich an wieder mit richtigem Training, weil nicht richtiges Training jetzt das richtige Wort ist, aber dann fangen Sie dann mit konsequentem Training. Und eigentlich habe ich ja immer von mir gegeben, dass ich im Frühjahr wieder einen Frühjahrsmarathon laufen will. Ich habe zwar immer gesagt, ich will nicht mehr Wien laufen, weil ich den Marathon schon so ein bisschen satt habe, was nichts gegen Wien ist. Also ich finde, dass jeder, der seinen ersten Marathon machen will und aus Wien kommt, macht seinen Wien-Marathon. Er ist gut. Ich meine, es sind andere Stadtmarathons, also ich finde die Organisation nicht perfekt, aber andere Stadtmarathons sind jetzt auch nicht viel besser. Also wenn es nach dem geht, dürfte es bei keinem Stadtmarathon meiner Meinung nach mitmachen oder bei wenigen. Aber er ist ein sonst super Lauf, weil er ja wie eine schöne Stadt ist und so. Aber es hat sich eben dann doch anders ergeben. Und die erste Anmeldung für das Jahr 2018 ist draußen. Und zwar, wenn ich jetzt kurz Trommeln hätte, dann könnte ich so eine Trommelwirbel einspielen. Und zwar verschlägt es mich am 28. April auf Madeira. Es gibt den Madeira Ultra Trail für die Ultraläufer unter euch, die mitunter so ähnlich verrückt sind wie ich. Der wird der Lauf vielleicht so sagen. Für die, die sich jetzt denken, was, oh mein Gott, was ist auf Madeira? Wie lang, wie hoch, wie weit, wie auch immer. Hier kurz die Eckdaten. Also es ist am 28. April, es ist logischerweise ein Ultramarathon. Es sind 115 Kilometer mit 7200 Höhenmeter Positiv. Ja, richtig gehört, 7200. Also es ist auch eine Zahl, die mir Angst einflößt. Oder Angst, oder ein bisschen mich wieder durch ein bisschen Respekt einflößt. Es ist ähnlich wie in Spanien, wie beim Translucanier. So, dass du die Insel quasi querst, die Insel Madeira, die kennt man vielleicht oder kennen die Fußball vielleicht. Die eingesessenen Fußballfans vielleicht unter euch, aber das ist die Insel, von der der Cristiano Ronaldo herkommt. Die startet im westlichen Teil der Insel, glaube ich, auf Porto Moniz und quert die Insel nach Machico. Ich kann kein Portugiesisch, deswegen spreche ich das wahrscheinlich jetzt wahnsinnig falsch aus. Und ja, und den mache ich wieder zusammen mit dem Sebastian, mit dem Pastor, mit der auf Twitter, also mit der Bergziege auf Twitter, mit dem ich auch in Italien war und wir werden da eine Woche Bubenurlaub daraus machen. Das heißt, wir fliegen am Donnerstag vor dem Rennen hin und bleiben eine Woche dort bis Donnerstag darauf, logischerweise eine Woche. Und bin ich schon wahnsinnig geil auf dieses Ding. Ich würde mal schätzen, es wird von der Zeit her ähnlich werden wie in Italien. Es sind auch die Siegerzeiten relativ ähnlich. Also dieses letztes Jahr, also dieses Jahr noch, 2017 hat das der Franz Martin gewonnen. Das ist ja der, für die, die sich da ein bisschen in der Szene auskennen, der auch jetzt den Ultra, Trailer Montblanc, also quasi die Meisterschaft im Ultralaufen gewonnen hat. Das war das stärkste Teilnehmerfeld, glaube ich, das jemals bei einem Ultralauf teilgenommen hat und der hat das relativ dominant gewonnen. Und der, also ich versuche, immer so mit Siegerzeiten so ein bisschen zu vergleichen, gerade wenn das Spitzläufer sind, die ja jetzt meistens in ähnlichen Bereichen oder ähnlich gut sind. Das sind ja auch dann oftmals nur Minuten, die da entscheidend sind. Und ob der jetzt fünf oder zehn Minuten wäre schneller oder langsamer ist, macht dann für mich jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber die Siegerzeiten in Italien waren so zwölf Stunden fünfzehn oder sowas. So was zwölf Stunden zwanzig, zwölf Stunden dreißig, sowas in der Gegend herum. Und bei Imaraf Matera hat der François in 13 Stunden gewonnen. Also ein bisschen langsamer, aber jetzt nicht sonderlich viel langsamer. Es sind auch fünf Kilometer weniger, aber allerdings dafür fast 1.200, 1.500 Höhenmeter höher als in Italien. Also es ist schon, es wird wahrscheinlich ungefähr gleich sein, vielleicht auch ein bisschen langsamer, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen schneller, weil wir bei der Bastion natürlich fitter sind. Aber das ist schon, das finde ich schon sehr, also es... Die Motivation dafür ist sehr groß und auch die Vorfreude ist eigentlich riesengroß. Genau, also das ist das Einzige, für das ich jetzt schon 2018 angemeldet bin. Dann gibt es dann noch die Lotterie, die jetzt am 4. November bis 11. November offen ist für Western States, das habe ich auch schon mal gesagt, das ist ja so der Godfather auf amerikanische 100-Mein-Läufe, der irgendwie von Auburn nach Squaw Valley oder umgekehrt geht, das ist in Kalifornien, für den ich mich ja qualifiziert habe, mit dem, dass ich beim Lavaredo Ultratrail unter 26 Stunden geblieben bin, was ja das erklärte Ziel war und da kann man sich eben am 4. von 4. bis 11. November in der Lotterie anmelden und dann wird am 1. Dezember wird dann ausgelost und auf der offiziellen Seite steht, dass man als als Erstteilnehmer, der immer ein Ticket für die Lotterie und da hat man eine 3-prozentige Chance, dass man gezogen wird. Also ja, jetzt nicht sonderlich groß die Chance, dass man da gezogen wird, aber die Chance besteht und wenn ich da gezogen würde, dann kann ich die Chance natürlich nicht vorbeiziehen lassen und dann muss ich da wahrscheinlich auch teilnehmen. Das ist irgendwann im Juni. Das wird dann wahrscheinlich auch eine sehr kostspielige Sache. also es ist von Squaw Valley nach Albany. Squaw Valley war irgendwann die olympischen Spiele waren dort, glaube ich, irgendwann 84 oder so, nicht ganz eher. Es sind eben 100 Meilen, es ist ein net Downhill, also es geht mehr bergab als bergauf. Genau. Ja. Und das wäre auch so ein Traum, den dort mal teilt. Es ist sehr heiß, kriegt dann irgendwann so bis 45 Grad, wenn man dann in diesen Canyons unterwegs ist, aber dazu glaube ich dann viel mehr, wenn ich eventuell gezogen worden würde. Genau, aber das steht auch noch so im Raum. Ansonsten gibt es für 2018 eigentlich noch keine Planung, aber was ich ziemlich sicher ist, dass eben der Frühjahrsmarathon vielleicht auf Herbst verschoben wird. Mal schauen, was mich sonst noch so anlacht. Ich würde es schon gerne machen, weil das ein Ding war, das eigentlich ganz gut funktioniert hat, in Sachen Geschwindigkeit trainieren und so allgemein, dass es mich fitter gemacht hat. Von daher, ja, schauen wir mal. Materia ist jetzt auf jeden Fall mal gesetzt, der Flug ist gebucht, das Hotel ist gebucht, der Lauf ist gebucht, der war innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft, also am Sonntag, irgendwann am Sonntag um 19 Uhr hat die Anmeldung begonnen und ich habe zuwilligerweise meinen Reisepass nicht mitgehabt und war gleich ganz leicht panisch, dass ich mich erst am nächsten Tag anmelden kann, weil ich bis zum nächsten Tag keinen Zugang zu meinem Reisepass hatte, aber dann zum Glück noch meine Reisepass-Nummer in meinen Fotos oder E-Mails gefunden, mich dann doch noch anmelden können und es war gut, weil zu dem Zeitpunkt, als ich dann am Montag zu Hause angekommen wäre, waren die 115 Kilometer schon ausverkauft, also das zeigt, dass der Andra groß ist und das waren doch, ich glaube bis zu 900 Teilnehmer können teilnehmen an der langen Distanz, also wir haben auch drei Distanzen, eine 80 Kilometer Distanz und noch irgendeine 50 oder so, also Marathon ist das Mini, Marathon, Ultra und genau 42 Kilometer, 85 Kilometer, 115 Kilometer und 16 Kilometer und die waren alle in, waren am Montagabend, Dienstag in der Früh war dann, war dann jedes, alle vier Disziplinen ausverkauft, also da geht schon an mich ab. Ja, jetzt rede ich da eh schon, fast wieder eine Stunde, ich hoffe, ich konnte euch jetzt so abholen, was das letzte Monat unterwegs war, euch wieder ein bisschen begeistern für den laufenden Decken Podcast, genau, ich habe am Anfang erwähnt, dass ich eben jetzt ein bisschen schleißig war, also ein bisschen Motivation gefehlt hat, also das letzte Feuer dafür gefehlt hat, mich jetzt jede Woche hintersetzen und zu einem Podcast aufzunehmen und ich glaube, dass das Intervall vielleicht auch so zu kurz war, um das wirklich aufrecht zu erhalten, weil ich ja doch auch noch arbeiten muss und laufen muss und sonstige andere soziale Verpflichtungen habe. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde das von drei, von allen, von dem Intervall von jeder Woche auf jetzt einmal alle drei Wochen ändern. So sammelt sich dann auch wahrscheinlich genug an, um auch wieder mal sowas zu machen, wo es um mich und mein Training geht, was hoffentlich auch interessant ist. Es wird das nächste Mal dann wahrscheinlich um Lavaredo und New York gehen, also da schreibt sich das Thema eh quasi von selbst und vielleicht fallen mir dann auch wieder mal andere Themen ein, über die ich so berichten kann. Der Plan war eigentlich nicht immer nur von mir zu reden, sondern auch so Dinge wie warum laufe ich gerne und solche Dinge irgendwie mit euch quasi sowas wie zu besprechen. Ja, wenn ihr sonst Vorschläge habt, ihr könnt es mir auch auf Facebook schreiben. Ich habe eine Facebook-Seite, die ich eh immer in die Shownotes da verlinkt oder auf Twitter. Alles unter laufend Entdecken zu finden. Genau, falls ihr das Rennen mitverfolgen wollt, ich habe, es gibt einen Live-Tracker angeblich. Ich habe den Newsletter von den Veranstaltern von Dalmatien bekommen und da steht, ich kann euch jetzt den Link durchsagen, das wird euch jetzt wahrscheinlich relativ wenig bringen. Ich werde das in die Shownotes reintun, auch habe ich ihn gerade nicht parat, über dem man angeblich stodinka.hr ist das? stodinka.hr über dem man angeblich das Rennen live verfolgen kann. Also, so sehe ich mich live wahrscheinlich, indem, immer wenn ich über so eine Kontrollpunkt komme, wird das wahrscheinlich abrufbar sein. Ich schaue noch, dass ich da irgendeinen Link bekomme und würde das dann gegebenenfalls auf die Seite posten. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, euch und eurem Training geht es ähnlich gut wie mir und meinem Training. wenn ihr irgendwelche, wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr über irgendwas genauere Informationen haben wollt, ich bin ein offenes Buch, schreibt mir eine E-Mail oder so oder kontaktiert mich in irgendeiner Weise und ich werde das in einer der zukünftigen Folgen besprechen. Das hat mich immer, motiviert mich immer sehr, wenn ich was höre und wenn Leute schreiben, sie wollen wieder Podcasts hören, das finde ich, das zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen und motiviert mich weiterzumachen und dass es auch Leute gibt da draußen, die das hören, was ich so da vor mich hinrede. Ja, ansonsten wünscht es mir Glück für Talmatien, drückt es mir die Daumen, sagt es meiner Verse, dass sie lieb sein soll zu mir und wir hören uns dann in drei Wochen wieder, wenn ich dann euch dann erzähle, wie es gelaufen ist und wie ich dann fulminanterweise in 29, 59 ins Ziel gekommen bin. Bis dahin, Tschüss, Servus.